Willkommen zurück Leute bei Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix auf der Playstation 2 von mir Let's Played. Wir sind hier gerade in Twilight Town mit drin, guten Arten Rockstars. Irgendwas stimmt nicht, denn wir können nicht mit unseren Freunden reden und wir sind plötzlich auch auf dem Foto verschwunden. Also irgendwas ist hier merkwürdig. Was hier passieren wird, das werden wir jetzt erfahren. Schau mal, was hier passiert. Ich habe mich geplant, um dich zu retten, um dich zu retten, wenn du nicht mit mir zurückkriegst. Wir sind beste Freunde, richtig? Natürlich, aber ich werde nicht in eine Nacht geblieben. Warte mal, du erinnerst du jetzt? Ja. Great! Aber, du weißt, ich muss sicher sein, also... Was ist dein Name? Ich kann das nicht glauben. Boah! Spaß ist nicht. Nächster bitte! Alter, das sind ja nur zwei Stück. Ah ne, natürlich kann man noch mehr. Wer auch immer zu einfach gewesen wäre, wenn da nicht noch mehr kommen würde. Komm, gib ihn! Wir sind gut, Leute! Wir sind... Wir schaffen das Spiel! Schon wieder ist alles gefreezt, ey! Das hilft leider nicht mehr. Time has completely haunted. Also ist die Zeit komplett angehalten. Weg hier einfach. Einfach zu diesem Herrenhaus, wie der uns gesagt hat. Und gucken wir uns die Sequenz noch einmal kurz an. Die Rocks, die ich weiß, sind lange weg. Okay. Ich sehe, wie es ist. Ach, Mann! Ich dachte, jetzt würde eine geheime Szene kommen. Oder vielleicht habe ich die versehentliche auch schon übersprungen. Das wäre natürlich ganz schlimm. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist. Boah! Alter! Verrück dich doch mal! Das ist ein Pisser, ey! Mann! Diese Aufnahme nervt, ey! Allgemein finde ich das übelst doch, dass es immer so laggen muss. So, jetzt ist es eigentlich auch eine gute Zeit, um zu trainieren eigentlich. Aber wir schaffen sowieso noch zu trainieren. Also, wir müssen uns, glaube ich, darum nicht wirklich kümmern. So. Also, zum Herrenhaus müssen wir. Komm! Erstmal anvisieren. Komm! Das ist Regel Nummer 1, weil sonst ist es übelkompetiert mit der Kamerastau. Okay. Komm, gib mir das Ding. Okay. Perfekt. Weiter, weiter, weiter. Einfach in die Wälder, genau. Bestimmt sind hier auch noch Monster. Ja. Natürlich, da kommen sie direkt. Ist egal. Wir machen einfach den einen Schrott. Dann kommt der nächste. Oh! Boom! Mann! War einer nicht krank, ja. Ich wollte gerade sagen, ja, war einer. Komm, raus! Komm! Komm, gewinnt! Oh, geil! Level up! Maximum AP. Cool, vielleicht können wir uns das neues ausgrüsten. Aber wir haben ja schon alles ausgrüsten. Oh, man! Potion. Noch zwei Stück. Das sind ja gar nicht mal so viele. Wir haben ja nicht mehr so viele. Aber wir haben ja noch... Ich habe ja nicht mehr... Mit der 7- nós-chein-he-heat... Da ist es bekannt. Auf die 3- nós-chein-heat... Weil ansonsten schaffe ich das einfach nicht. Mit der Tastatur zu spielen ist echt verdammt schwierig. Auch wenn es nicht so aussieht, aber es ist so. So, nun sind wir endlich beim Herrenhaus angekommen. Endlich. Und da kommen schon wieder diese Pillen. Die können einen richtig auflegen, ey. Er erinnert sich an einen Typen, falls ihr den nicht kennt. Das ist der Typ, den man im ersten Teil spielen konnte. Der nennt sich Sora. Für alle, die ihn nicht kennen. Und das hier ist auch ein ziemlich bekannter Charakter. An seiner Haltung kann man ihn erkennen, aber... Naja. Jetzt wollte ich erstmal nicht so viel spoilern. Okay. Hier können wir übrigens auch noch ein cooles Item schnappen. Und zwar in diesem Raum hier. Ähm. Ist nämlich hier hinten. Okay. Und zwar in Elfen beim Dämmer. Komm. Alle erledigen. Zack. Zack. Bäm. 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 Verdammt. Ich komme jetzt dran. Hopp. Yeah. Oh. Schande. 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 Nein 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 nein. Junge. Beruhig ihn. Boah ey. Solche Penner ey. Ey. Naja. Ich besiege ihn schon und damit ich die Erfahrung bekomme, weil... Später kommen wir nicht mehr so gegen solche coolen Monster eine Zeit lang kämpfen. So. Aber jetzt würde mich doch echt mal interessieren, was diese Elfen-Bandämmer... Ob die uns hier vielleicht helfen könnten? Nein. Die ist viel schlechter. Nein. Dann mussten wir natürlich nicht aus. Das wäre ja Quatsch, ne? Ne Potion. Was willst du lügen? Nein. Ernsthaft? Was wollt ihr jetzt? Ihr habt hier nichts zu suchen. High Potion. Toll. Oh nö. Oh nö. Mensch. Jetzt habe ich hier nichts gehabt in diesem Raum. Oh nö. Oh mein Gott! Was ist mit ihm los? Er erinnert sich wieder an alles! Ich muss wissen... Du kannst nicht auf die Organisation! Organisation 13. Sie sind ein schlechtes Grupp. Sie sind schlechtes oder gut. Ich weiß nicht. Sie sind ein Grupp von Incompletten Menschen. Sie wollen sich zu sein. Oh! Zu diesem Ende, sie versuchen etwas zu suchen. Was? Kingdom Hearts. Schöne? Es ist einfach... Ich denke... Ich bin weg von der Frage, die ich wirklich möchte fragen. Was wird mir jetzt passieren? Just sag mir das. Nichts mehr mehr interessiert. Du bist... Aufgelöst! Aufgelöst! Da gibt es keine Ahnung, die zu verändern, um zu verändern. Selbst wenn es nicht... Ich möchte wissen. Ich habe das Recht zu wissen. Ein nobody hat das Recht zu wissen. Das ist nicht. Sie hat das Recht zu sein. Aber was ist ein nobody? Sie sind. Wir sind aus der Zeit. Türen nicht. Sie sind nicht. Doktor! Niemals wie uns nur eine Karte. Sie werden nicht ausdrücken. Sie werden nicht ausdrücken. Sie werden nicht ausdrücken. Ich... Ausdrücken? Aber er wehrt sich auch nicht wirklich um ihr den Mund zu halten irgendwie Oh, so ne Scheiße. Yeah, Namini-Sketches und ne Menschen-Map. Toll. Yeah, jetzt können wir ihn wieder mal speichern, aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Im nächsten Part wird's wieder richtig spannend, Leute, das verspreche ich euch. Und man sieht sich dann. Ciao.